oh hell no und mit diesen worten begrüße ich euch herzlich willkommen zu einer weiteren neuen folge auf meinem kanal diesmal spielen wir weiterhin phantom forces hätte das gedacht ich quatsch ja wir spielen jetzt einen highway und zwar mit den flair domination der der pool oder deine mutter nicht mal deine mutter ist zwar auch online aber er hat essen deswegen mache ich schon die vorrunde mit meinem wunderschönen messer die ak12 und die m6 keine ahnung wie die waffe heißt ob sie wieder vergessen komm komm nein nein granate das war ein trickshot das war ein trickshot ha 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 alter what the fuck woht der fweck geht gerade genau noch eine einzige munition reinpacken ey was geht unser team ist nichts los noch nicht Warte, ich nehme mir ein Messer, dann bin ich viel schneller unterwegs. Bäm! Komm, 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 komm! Ja, Double Kill mit meinem Messer. Mein bester Mann! Oh, wir sind ja auch sehr gut, glaube ich. B wird gecaptured, oder? Nö. Sprint sie nicht. Ist ja gut. Wie schnell springt sie mit meinem Messer. Oh. Bäm, Alter! You're fucked up! Mann, ich bin in dieser Hunde sehr gut unterwegs. Oh. Alles klar. Obwohl ich diese Standardwaffen benutze. Ist da auch jemand? Nö. Da hinten. Ich kann die nicht schießen. Weil der Typ in einem Weg steht. Furchtbar. Aber wir sind heftig am Gewinnen. Das freut mich. Wie ich durch sprinte. Ich kann... Ich würde use ein Boot. 100 Meter Sprinter hinlegen. Das ist unser Team. In den C würde ich nicht reingehen. Wow. Das war knapp. War das knapp. Ne? Nicht wahr? B wird nicht gecaptured. Das ist sehr schön. C ist wieder unser Team. Ist in unserer Position mittig. Aber A nicht. Das ist sicherlich eine Pfeile, oder? Jemand wird ja auch kommen. Da erschießen! Habe ich doch gewusst. Habe ich's gewusst, liebe Leute. Dass da jemand da war. Der ist auf K. LOL. BAM! Nailed it! Take that! With my knife, bro! Wie viel habe ich? 5 Kills! Naja. Das geht eigentlich. B ist nicht nur an unserer Seite. Oh, viele sind in Combat. Das ist nicht... Fast nicht gut. Höh! Wer denn da? Oh. Schüssel! Irgendwo Schüssel! Wo ist die Schüssel? Wo sind hier Gegner? Ich will hier Gegner. Wo sind die Gegner? Hier sind keine Gegner. Und ich bin Rang 21. Das ist sehr schön. Und ne, das Waffe kriege ich... Nichts! Wer hätte das gedacht? Ich kriege einfach... Nichts! Wow! Alter, pass doch auf! Junge! Wow, Alter! Da hinten ist jemand eingespottet! Da auch? Bin nicht angespottet. Ah, es gibt zwei Optionen. Ich kann einmal so stechen und einmal hinter stechen. Den hinteren Stecher finde ich gut. Nehme ich an der rechten Seite. Ach ne, da kann man hier von der... Ich glaube, da kann man auch von der Seite angreifen. Von rechts. Hier kann man von hinten anschlagen. Einschlagen. Ein Attachment für mein AK. Okay! Nice! Ich habe jemanden gehört. Und das ist wahrscheinlich nicht nur unser Team! Wow! Das war heftig von mir! Victory! Und weil es so cool ist, und weil es so schnell gegangen ist, machen wir noch eine Runde. Hoffentlich kommt der Mutter auch. aber ich glaube nicht. Uniform Case, gut. Oh, mein Kopf. Mein Kopf tut weh. Ich weiß nicht warum. Ach ne, ich schon wieder den O von Kopf. Warum, Bibi? Warum hast du das getan? Von How Is It Web Web. Von Bibi's Beauty Palace. Nehme ich mal den Vertical Grip. Der ist schlecht. Der ist auch schlechter. Der Vertical Grip ist empfehlenswert. Für die Pika hab ich nicht noch hinbekommen. Ice Supporter? Oh, oder? 18, 20. Ich glaub ich nehm den Kompensator. Ah ja, den Maske-Base. Maske-Break oder wie der heißt. So sieht das kleine Teil aus. Okay, das Guckohr können wir noch ändern. Oh ne 10, 7, 9. Okay. Aber die finde ich die beste Point. Wie sieht die aus? Bro, einfach nur so'n Loch. Finde die hier besser. Hat so'n cooles Guckloch. 25, 22. Ah, warte. Rob'n Upload. Die M16A4 kriege ich als nächste Waffe. Mein Team is so bad. Ja, das stimmt. Jetzt nehm ich die AN24 und die Glock 17. Das ist meine nächsten Waffen. Messer? Lass ich sie nur so, lass ich so bleiben. Warte, Case könnt mir noch etwas öffnen. Ja, tut mir leid. Ihr wollt se- äh, wir fallen. Äh, wir wollen jetzt noch eine Runde sehen. Ja, gleich, gleich. Ich will das noch. Chaos öffnen? Warte. Nicht random, ist ein Weapon. Geht das doch für Messer? Geht das wohl nicht. Hm. Wahrscheinlich für Sp- äh, Special Waffe. Wahrscheinlich. 240. Hab mich nicht genug. Uniform Case. 200. Kann ich die zwei Schlüssel kaufen. So, Use-Key. Was krieg ich? Einmal für M1- 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 M1... Einmal für die UMP 45. Okay Crane side, okay Ich hab auf Burscht Burscht hab ich Oh, da sind welche Gegner Wir haben auf jeden Fall Sniper Wollte ich sagen Oh ne, unser Team Ach, wir sind bei Phantom Ich glaub beim Phantoms sind wir bei diesem Gebäude Oh, der ist tot Oh, er ist tot Oh Okay Na Bin ich Was mach ich denn da Ach ne, kann ja nicht Geht schlecht Warum bin ich jetzt wieder oben Ich will ja nicht nach oben Ich will nach unten Meine Fresse Oh Oh, ganz gechillt runter Können wir noch jemanden Abstechen Nein, 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 nein Nein, nein, nein Wow, das war knapp Das dramatische Runtergehen an der Treppe Teil 1 Ich nehm mal die Messer Dann bin ich viel schneller unterwegs Bin ich viel flinker unterwegs Da ist meine alte Leiche Oh, Alter Erschreck mich nicht Geil noch Oh, muss man mehr mal schießen Das ist wie Simi Nur, dass man drei Schüsse abgibt Ja, ist doch bekannt Aber anstatt ein Schuss Dann nach drei miteinander Das ist gut Das ist sehr gut Das ist sehr gut Das ist sehr gut Oh, wow 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 Weg hier Hi Hi Hi, 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 hi Was sah das denn aus? Habt ihr gesehen, wie ich nachgeladen habe? Sah ja voll crazy aus Oh, hi Freund 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 Komm, nehmen wir B ein Ich hab Bock, B einzunehmen Oder doch nicht Oder doch? Okay, Messer Block dich Oh, hi Wie schön Oh, 12 Jetzt ist es schon sehr schnell vorbei Aber egal Ich kann da mehr aufnehmen Als sonst Wenn ich auf 720p umsteige Anstatt auf 1080p Das dauert noch länger Beim Uploaden Hab ich mir gemerkt Bemerkt Bemirkt Naja Wenn ich so 22 Minütiges Minütiges Video aufnehme Und dann dauert es Circa eine Stunde Bis es fertig wird Nice Das ist nice, ne? Surprise, motherfucker Surprise, motherfucker Nee, hat Nee Doch Nö Nö Hat es nicht gemacht Nein Nicht dahin Warum sind das Billigplätze Alter, ich hab mich erschreckt Ich dachte, ich wäre Glitcht aus der Map Rein da In die gute Stube Ohohohoho Und noch ein Triple Kill Noch ein Triple Kill Nice Keiner Keiner Ist keiner Ist keiner Ohohohoho Ich höre jemand Ich höre jemand Ist ganz in der Nähe Ganz in der Nähe In der Nähe Der ist irgendwo Hat er einfach mich nicht bemerkt Nice Findest du immer lustig Dass man sich Äh Dass die Gegner Sich nicht Nicht bemerken Was ein Hintergrund Lauert Ohohoho Alter Ich bin ja sehr gut Im Backstapen Leute Ohne Scheiß Alter Das war Trickshot Das war ein Trickshot Nice Alter Ich bin ja Richtig Der Massaker Mit dem Messer Michael Myers Bin ich Naja Ohne Maske Und andere Haare Wow Wow Was war das Hi Ohohoho Zwei Auf einen Streich Alter Ich bin ja voll gut 15 Nice Alter So gut War ich noch nie Da ohne Das ist ja Wahnsinn Das ist ja Wahnsinn Ist das so Tanzt Leute Tanzt 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 Leute Tanzt Tanzt Team ist Articap versucht den Point zu capturen Das ist sehr gut kommt hiermit Kommt hiermit Obra Nein Fuck Er hatte beinahe geklappt Nichts los Ich bin weg, ciao Ich bin weg, tschüss Tschüss Likowski Sieht mich nicht Oh, what the fuck, man Jetzt ist mir nicht los Nein, 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 nein What the fuck Was hab ich denn gemacht Keine Ahnung Wow, das war gut Das war sensibel gut Was ist denn, was ist sensibel gut Landwirtschaft oder was Oh, hi Hast du mich neulich nicht gekriegt Hm Aber wir haben trotzdem gewonnen Juppie Alter Yippie So rum Äh, was war der Kiss Können wir noch den öffnen Da haben wir ne Kisse, okay Das war es jetzt mit dieser Folge Ich hoffe, ihr habt es gefallen Wenn ja, dann zeigt es mit einem Daumen nach oben Ja Und abonniert auch meinen Kanal Wenn ihr noch weitere von diesen Videos ansehen wollt Ne Dann würde ich sagen Tschüss Bis zum nächsten Video Bis zum nächsten Mal